Herzlich Willkommen zu einer heutigen Folge von Aufrufenmarsch. Wir fahren den Traktor von den Grasmehweh auf den Schutzgeburt. Dann klappen wir die Mehlwerke ein. Und dann werden wir die Wiesen pflügen. Beginnen wir mit der Wiese Nummer 21. Und dann werden wir hier noch die Wallen abholen. Ich flüge deswegen, weil das so angezeigt wird. Und wenn wir das 10% aufmachen, kann man das nicht benachwesend verdauern. Observiso 27 kommt dann kein Gras mehr rein. Die Wallen abweht sich mit dem hälteren Flecht. Mit Großbrüch. Jetzt sehen wir sich da unten auf der Seite sehen. Irgendeine Frucht. Können Sie schon was. Kurz waschen. Und... Dann sehen wir weiter. Nicht reinsteigen. Ja, drücken. Ja. Das ist nun eine neue Aufnahmesession. Wir müssen hier ein bisschen reinfetzen. Auf jeden Fall muss man Unkopf bekämpft werden auf Feld 1. bis jetzt. Ansonsten... Da steht weiter nichts dran. Ja, das ist nun soweit. Wir haben letztes Mal schönes Geld gemacht. Das ist nun die BGH. Ich denke wir werden noch Kühe kaufen. Und dann will ich verkaufen. So. Das ist halbwegs sauber. Das passt schon. So. Wir gehen mal wegfahren. Wegstellen. Und zwar... Vielleicht kommt hier... Oh. Passt grad so. Geh mal auf. Wie wär das tot? Säcken würde gehen, ne? Scheiße. Gut, dass wir da vorne haben. Dann werden wir erst in Gras die... Ja, die brauchen wir auf jeden Fall eher separat. Okay, kein Problem. Die Kasse reinfahren. Ups. Berrekt. Und dann mal weiter. Ja, der will ja. Das ist so low. Der ist so lange dort. ab muss man nicht mehr in größeren kommen habe ich da noch im Gewicht rumzulegen die Gewicht hat frei rumliegt in der Nähe hat er kaum ein Fettgewicht fahren wir jetzt mal zu komm hier auf der richtung, wo wir wollen ups gegenörkehr ja, die KI-Fahrzeuge die kennen doch nix die 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 jetzt werden wir gleich Gewicht kaufen ein Fettgewicht Geräte Gewichte ein passenden Gewicht für meinen Fendt Traktor Fendt der Täftiger 3000 Kilo, oder? so schwer muss nicht sein wir haben viele Gewicht da haben viele Gewicht ja ne das ist nicht gut sieht so ein Traktor aus überhaupt schwarz schwarz da sehen wir auch ein schwarzes Gewicht schwarz schwarz haben wir nicht noch da oben ja genau schwarz 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 Kleiner, ne? Ausreichend. So, geht klein aus. Wir gehen hier vorne. Arbeitsmodus. Los, genau. Da fühlen muss man auch Dinger mehr. Und herum. Wir werden da oben zerteilt. Das kann man dann nicht gut sehen. Und. Das wird schon eine Wiese eintragen, ne? Ja, das wird da oben weg. Ja, das wird da oben weg. So, das kann nochmal dauern. Ja. Aber es. 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 Sehr lange. Okay. Nächstes gehen wir bei. Und schauen uns mal die Rundkopfbekämpfung an. Und an. Da haben wir schon mal alles fertig. Wenn nicht. Weggebreitung. Passt. Auf die Wiese. Auf den. Auf den. Auf den. Auf den. Auf die Wiese. Auf die Wiese. Auf die Wiese. jetzt ein wenig öknell dringend mal was dort hier schrumpf ich auch keine aussatzlicht lassen 2 kurse 2 gut ja tun die kurse 40 aber gut mal sehen wenn es wächst ja mal sehen wenn es wächst mal sehen wir mal sehen wir mal sehen wie er startet und dann geht es los mal sehen wir Die Frau geht weg, dann muss ich hier mal beigekommen. Das ist wichtig. Und die Ecke hat so eine Dark Stuff das. mal allein greifen einsteigen gar nicht so viel neuer versuch gut jetzt läuft das kurz die kurve beobachten dann können wir gleich um die bahn können wir um die schuldenbald zurückzahlen gut das läuft lkw wo ist er der lkw war schon können wir einen aber da lassen das funktioniert drücken zu her kann man den ritten Vell abhängen gut knapp zur zur Wiese viel glück 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 gerade meine daten auf ja nicht viel aber wahr sind es noch nicht streben ist ja nicht vielleicht 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 bei der abend vielleicht klappt das ja es geht jetzt können wir auch so ein Kupall fahren vielleicht bauen wir das nochmal dann werden wir uns gleich um Kühe können wir eine Kühe kaufen dann können wir auch so ein Kupall fahren Gegenverkehr, kleiner, gut. Ich bin schon eine Runde gefahren, aber wir müssen nacharbeiten, das war eh klar die Kurve. Vielleicht auch nicht so sehen. So, nehmen wir mit dem Feuer, stellen wir da ab. Wir haben ja noch mal Licht. Dann können wir hier ab. Anhängen oder? Nein, dann geht er bloß. Kühekau. Ich weiß nicht, wie ein Kühekau. Oder Misthammer, warum die sind fehl? Naja, aber die paar Kühe, die wir haben, da. Deswegen können wir jetzt mal aufstehen. Können wir mal richtig Mech verkaufen. Seit 17. So, und die Verhandlungschaft, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich auch wiedersehen, Freund. Seid mal Tschüss, Tschüss und Winkelwinkel. Bis zum nächsten Mal.